Ne, ich bin nicht Hans in the Table. Hei, hallo liebe Leute und willkommen zu dem nächsten Vlog. Mannade hat mich gerade aus dem... Mannade, man hört dich nicht. Mannade, man hört dich immer noch nicht, nein. So, ich mache jetzt meinen neuen Vlog und filme hier nur Kölnskernige, weil mein Schreibtisch zu unordentlich ist und ich nicht möchte, dass man meinen Schreibtisch sieht, weil der so unordentlich ist. Aber das ist egal. Und zwar sind hier Haferflocken und die sind gut und kauft euch die alle. Ende. Wow.